Hallo zusammen, willkommen zu diesem Video in eigener Sache. In unserem Fall hat das OLG Stuttgart Gewalt gegen Kinder toleriert und sogar gut geheißen, weil damit die Gleichberechtigung von Eltern verhindert wurde und auch die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung. In unserem Fall ist es ja so, dass ich drei von meinen vier Kindern nicht sehen darf, zumindest nicht in Freiheit. Ich darf sie nur zwei Stunden alle zwei Wochen sehen unter Beobachtung von zwei Frauen, weil ich angeblich unsere Kinder laut Oberlandesgericht Stuttgart gefährde und zwar weil ich mit denen über das Wechselmodell rede, das Wechselmodell, ist die Gleichberechtigung der Eltern. Da werden Kinder 50-50 zu gleichen Anteilen von beiden getrennt lebenden Eltern weiter betreut und erzogen und das heißt Kinder werden da in Gleichberechtigung erzogen durch ihre Eltern. Das ist so schlimm, so Kindeswohlgefährten, dass ich beobachtet werden muss mit den anderen drei. Was ist mit dem vierten Kind? Ja, das vierte Kind ist zu mir geflohen im Mai 2019, weil es Angst hatte, mich nicht mehr zu sehen und das Kind wollte auch, wie seine drei Geschwister, eigentlich immer das Wechselmodell haben. Und jetzt ist es so, dass im Beschluss des Oberlandesgerichts vom 24. Juni 2019, da geht das Gericht, das ist der 11. Zivilsenat des Oberlandesgerichts darauf ein, dass die Mutter die drei anderen Kinder nicht mehr zu mir ließ, obwohl es einen Umgangsbeschluss gab, der mir zusicherte, dass die Kinder jedes zweite Wochenende und jeden Mittwochmittag bei mir sind. Die Mutter ließ die Kinder ab da, wo die älteste Tochter zu mir flohen, nicht mehr zu mir. Das Oberlandesgericht verstieg sich in seinem Beschluss zu der Feststellung, dass es ja in Ordnung war, das Verhalten der Mutter, weil sie musste ja die drei Kinder davor schützen, dass ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Eieieiei, so ein gefährlicher Vater, der die Kinder darüber aufklärt, dass Papa und Mama gleichberechtigt sind. Es ist natürlich in Deutschland oder eben am Oberlandesgericht Stuttgart, auch am Amtsgericht Ulm, ein Sakrileg. So etwas geht gar nicht. Und der Umgangsboykott der Mutter ist in meinen Augen Gewalt gegen die Kinder, psychische Gewalt, weil natürlich wollten die zu mir. Das haben die drei auch vor Gericht so gesagt später. Aber das kümmert keinen Richter, weiter. Denn man will, zumindest am Amtsgericht Ulm und Oberlandesgericht Stuttgart, die Gleichberechtigung von Eltern mit allen Mitteln verhindern und unterstützt dann eben eine Mutter, die das genauso will und die Kinder hier psychischer Gewalt aussetzt und ihnen den Vater vorenthält. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr benachrichtigt werden wollt über weitere Videos hier im Freifarm-Kanal, abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr auch wirklich über alle neuen Videos informiert werdet. Musik 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 Musik